Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind. Und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Dieser Servitor wurde komplett trocken gelegt. Nein. Dämoniert. Da ist dein Name eingeritzt. Rexis Warm. Der Henker. Ich habe seine Spur aufgenommen. Let's go! Ich glaube, das ist die, die wir dann das erste Mal probiert haben. Dann haben wir von einem Fall sehr viel zu schwach. Und dann haben wir die Rücken. Boah! Mann, jetzt wollte ich den abschießen. Mann, nein. Ich liebe immer noch meinen Bogen. Und der ist mittlerweile recht geil. Ups. Ich brauche einfach immer zu lange, bis ich ziele. Reload Speed ist ein bisschen langschulig. Ja, meine ist schneller geworden. Ich habe ja noch ein Perk drauf. Also bei dieser Waffe jetzt, meine ich. Aha. Aber ich fahre immer so viel zu sehen. Wir müssen ja noch etwas anderes tun. Äh. Ja. Hier drüben. Hier lang. Von lauterer... ...Lights weiss ich gar nicht mehr durch. Ich habe... ...durf dem Scout geile Sniper... äh... ...geile Bogen bekommen. Der hat auch schnell eine... ...Nachladenspeed quasi. Ja. Jetzt bin ich schon voll. Fuhr schnell. Der geht fuhr schnell. Ja. Und auf dem Bogen bin ich mittlerweile auf 6. Ah, von dem Zeug, das wir machen können... Das habe ich glaube gar nicht gemacht. Oh, Moment. Also beim Ende der Bogen habe ich es gemacht, aber beim ersten, den wir hätten gehabt haben. Beim ersten, ja. Also dort... Jetzt beim zweiten habe ich eigentlich auch noch nichts gemacht, ...was ich letztendlich nicht bekommen habe. Ja. Ja, eben er ging... ...die bessere Waffe ausgerüstet. Je nachdem. Und im PVP-Spiel eins. Ja, und im zweiten... ...spielte. ...wollte ich eben eh etwas, was ich eben so automatisch rausballern kann. Ja, genau. Je nachdem. Oh, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Das ist einer von zwei, das Sevitoren. Vielleicht hilft er uns, wenn wir ihn befreien. ...weil erinnern. Hau, kein Gnochenladen. Ja, das... Ich bin im Bogen. Habe ich mit den Willen. Das geht nicht so gut. hey mate holy shit ah, ich bin der Schlagzeuger Servitoren sind den Gefallenen heilig Sie erzeugen den Äther, den die Gefallenen zum Überleben und Wachsen brauchen Es ist erschreckend, dass die Mitglieder des Hohens die einst Gefallene waren Servitoren einfach so angreifen Ist es ja gut gegangen dieses Mal Jaa Es ist einfacher, wenn man es richtiger Löl hat Im Vergleich zum Anwander Ich glaube wir sind ein wenig Low-Level Jaa, das war fettige Bullshit Ich finde dieser Ihr wisst Ihr wisst der Mit dem Champagne sind wir auch besser im Griff, mit dem Jäger, dem Hunter. Also nicht dreimal hintereinander schnell drücken. Ja. Schön langsam geniht das. Da hast du wirklich schön Pam und dann Pam und dann Pam. Der überringen wir schon mal, ja, für eine sphäre Glimmer. Nur Glimmer überkühlt. Ah nein, von diesen Dingen auch. Von diesem Ding? Es soll ja auch immer etwas drin sein. Ja, habe ich auch. Das finde ich auch gut, von diesem Zeug ist meistens etwas drin. Ja. Also ich küsste ja nicht wegen dem Glimmer auf. Nicht nur wegen dem Zeug. Ich hätte mir auch meinen Scheiss kontrollieren können. Ja. So viel kostet, Gott verdammt. Ja. Jetzt habe ich fast überall 100, irgendetwas. Ja, ich bin überall fast über 100. Ja. Ausser beim ISO. Für etwas. Ich weiß nicht. Da kommt Merkur. Phasenkristall, dort habe ich nicht so viel. Ja, Merkur habe ich glaube auch nicht so viel. Da bin ich ja zu wenig. Merkur und Mars. Ich bin jetzt zu wenig für den Letzten. Das hier, das vom... Was ist das? Das vom Nessus? Das vom Merkur, dort habe ich recht wenig. Ja. Jetzt bin ich überall über 100, zum Teil fast über 150. Ja. Du bist unsichtbar bei mir. Ich habe nur deinen Namen. Wie? Bin ich am Laden? Ah, du bist bei mir auch. Es wird auch geladen. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt ja. I'm a ghost. Verschräg. Ja gut, das ist halt der Server. Happens. Mhm. Ich bin auch mal auf den Turm gegangen und dann war alles leer. Komplett leer. Aha. Also weisst du auch von den anderen, von den Heinis dort, die das Zeug verkaufen. Ja. Cashzolder. Ich dachte, ähm, okay. Dann habe ich so ein Filmen und genau dann sind alle gesporn. Aha. Schade. Haha. Okay, genau fast. Okay, genau fast. Das wäre cool, wenn du mit dem Bogen durch die Leute durchschiessen und die Hintergegner auch noch verdienen. Mhm. Also das müsste den Hintergegner ja nicht umbringen, aber wenn du Schaden nehmen würdest, das wäre einfach nur geil. Ja. Nein. Ja. Ja. Machige. Ja. Die Granaten sind super geil. Ist das von der oder vom Warlock? Ich muss hier was auch pulsieren. Nein! Oh. Beide sind wie... ...perpetoren sehen schon geil aus. Uh-huh. Er sagt auf Deutsch, er sieht ja sehr bitter, gell? Mhm. Huh? Er verschwindet in Richtung der Barat. Ja. Arschloch. Scheisse. Ja. Was ich mit Ings aktiviert habe. Verdammt! Die Sau! Hahaha. Scheisse. Ja. Ja. Schluss. Hier unten sahen wir auch schon, dass sie alle im Mund waren, oder? Ja, kann sein. Geht der Servitor in Ruhe? Wir haben keine Freunde. Ja. Wir lernen auch unsere Freunde. Ich bin hier! Oh, ich bin hier! Ich bin hier! So weit sind wir dafür nicht gekommen. Nein. Vielleicht ist es dort, wenn wir aufgeben. Mhm. Wir können die Teile wegknallen. Das ist ihr komisches Schild hier. Mhm. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. okay ow what the fuck hmmm hmmm nein ich bin draussen hör was hallo ah jetzt bist du wieder da ja ja Pussy Yo Boss Pussy he 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 hallo hallo ah da hinten steckst du nicht zuhause bin ich auch feiss ja 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 E-E-E-L-A-F Fuck you Niiice! Yo! Yo, Freunde! Freunde ist der gute Unterhaltung. Es ist ein Lauf, die Hinger zieht. Nein! Danke schön! Danke schön!